Shaolin, Rache, Blut und Tod. Mit nackten Fäusten gegen ein Heer von Feinden. Shaolin, die Rache mit der Todeshand. Ein Film des Meisterregisseurs Zhang Zhe. Shiyu, du darfst nicht den Mut verlieren. Den verliere ich auch nicht. Sie haben unseren Vater ermordet und wir haben nichts getan, um sie daran zu hindern. Ihr seid meine Söhne. Das Blut eures Vaters schreit nach Rache. Und die Rächer kennen keine Gnade. Shaolin, die Rache mit der Todeshand. Mit Alexander Fusheng, Chi Quan Chun und Tang Yen Zhang, den Superstars der Shaw Brothers. Shaolin, die Rache mit der Todeshand. Was hast du? Ist irgendwas mit diesen Shaolin-Leuten? Ja, Herr. Wir haben ihnen draußen eine Falle gestellt. Piao und Yunnan wollten sie erledigen, aber sie waren zu stark für uns. Sie haben die beiden getötet. Was? Vom Wu-Tang-Clan lebt keiner mehr. Aber hinter allem stecken die Manschu-Fahrräter. Na und? Unseren Vater haben wir gerecht. Es geht um Meershi Yu. Es geht um unser Volk. Sollen wir als Knechte dieser Fremden unser Leben verbringen? Ein gnadenloser Film. Der Kampf auf den Todespfählen. Ein neuer Karate-Hit der Extraklasse. Shaolin, die Rache mit der Todeshand. Shaolin, die Rache mit der Todeshand.